Good morning! Guten Morgen! So, wir waren gerade trainieren und wir haben heute anders trainiert als sonst. Wir haben heute einen Kinder-Baby-Workout mit der Nike-App gemacht. Total baby. Und es war einfach easy. Wie das seine Tochter sagen würde. Genau, der Cheyenne würde sagen, voll baby. Das ist total baby. Und es war wirklich easy-cheesy, 15 Minuten. Warum haben wir das gemacht? Weil wir so sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, dass wir uns gedacht haben, wir können jetzt nicht eineinhalb Stunden trainieren, sondern machen ein kurzes Workout, so ein Feet-Training. Und schauen, dass wir jetzt Zeit in der Früh noch gut nutzen zum Arbeiten. Genau. Und das ist das, was wir als nächstes tun. Genau. Boah, so. Also, Natalia. Hallo. Hallo. Wir sind voll im Stress. Extrem, aber voll voll. So, es sind noch 4.000 Files, die von der alten Website gebackupt werden müssen. Und wir müssen gehen, und wir müssen gehen, weil die Natalia, die Natalia braucht noch Flip-Flops und braucht noch so verschiedenstes Zeug. Die, die Alex mir vor einem Jahr versprochen hat. Ja. Und immer noch nichts geholt haben. Und immer noch nichts geholt haben. Und da muss offen bleiben. Ah ja, das Fenster laufen jetzt einfach auf. Und wir sind in 4 Stunden oder so geht unser Zug nach Bratislava. Und bis dahin müssen wir, wir haben noch nicht mal gepackt, und wir müssen noch Schuhe kaufen, wir müssen noch was abendessen, wir müssen die Website noch umziehen. Das ist das Wichtigste, weil wir fahren nach Albanien und wir haben Angst, dass wir dort einfach kein gescheites Internet erwischen. Deswegen wäre der Umzug notwendig. So, jetzt wisst ihr, das Wichtigste. Und später wird es noch mehr geben. Tschüss. Aber glaubst du, sie sind die gut? Weil die sind auch so. Das ist okay, dass die jetzt geklebt sind. Das glaube ich schon. Die oder die? Hm, die, die du hast. Die schöner sind sie froh, oder? Ja. Mal schauen. So. Das Lustigste, was überhaupt passieren kann, ist, wir haben gerade den Sebastian getroffen. Also, hi Sebastian, super, dass du uns erkannt hast. Und das nächste Mal machen wir auf jeden Fall was gemeinsam. Wenn wir nicht gerade auf dem Weg nach Albanien sind. Wenn wir nicht gerade irgendwie im Stress sind, weil wir noch eine Website live stellen müssen und nach Albanien fahren. Wir fahren übrigens jetzt mit dem Zug nach Bratislava. Ja, aber willst du nicht jetzt mal erzählen, was du eigentlich erzählen wolltest? Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich habe sie wieder vergessen. Ja, das ist total richtig wahr. Witzig, dass man, wenn man irgendwo herumsteht und es echt nicht erwartet, jemanden trifft, den man übers Internet kennengelernt hat in einer Online-Business-Community. Du musst es so halten. Oh, sorry. Komm, ich bin gespannt. Wir müssen in die richtige Richtung. Das finde ich einfach extrem cool an diesem ganzen Lifestyle und an dieser ganzen Geschichte, dass man Leute von überall kennenlernt. Ja. Es war voll nett, aber ihr freut das Treffen gerade. Ja, kurz, aber witzig. Also, coole Sache. So, nur so eine Mini-Anekdote in diesem super stressigen Tag. Jetzt müssen wir auch kurz filmen. Schaut sich mal diese Himmelswalze an. Der Himmelfeld auf den 20. Bezirk. Zum Glück sind wir im 2. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Diesmal richtig. Das letzte Mal, wo uns die Natalia zum Bahnhof gelotst hat, sind wir zuerst zum Westbahnhof gefangen. Unmöglich. Die haben mich nie nämlich. Genau, Natalia irrt sich nie. Und die Website ist live, aber alle Bilder und Links sind kaputt. Naja. Das ist nicht so schlimm. Das machen wir jetzt noch im Zug. Genau. Irgendwas funktioniert noch. Dann werden wir sich jetzt schon auf die eine Reise einstimmen. Ja genau. Und entspannen. Völlig unnötig. Wir können noch 20 Stunden arbeiten, bis wir am Meer sind. Also ich nicht. Im Auto ist mir schlecht. Ich kann es noch eine Stunde im Zug arbeiten. Yay. Jetzt kommen wir endlich zum Essen. Und sitzen im Zug. Und in Bratislava erwartet uns unser polnisches Reisebüro. Also laut der Freundin von Natalia. Oder genau genommen eine Freundin von Natalia. Und deren Freunde. Und dann fahren wir mit zwei Autos. Wir fahren hin. Yay. Und wo sind wir denn jetzt mal? Wir sind im Merkur Hotel in Bratislava. Und warten auf unser polnisches Reisebüro, das leider uns erst in zwei Stunden abholen kommt. Es war irgendwie klar, dass die viel zu spät wegfahren. Natalia hat in Wien zu mir gemeint, ja die fahren so um 8 Uhr, glaube ich, weg. Ja. Und wollen dann um 12 Uhr in Bratislava sein. Und es war so klar, dass sie natürlich zu spät wegkommen, viel langsamer unterwegs sind als gedacht. Und jetzt sind sie frühestens um 1 Uhr da. Aber es ist ganz nett. Wir sind einfach ins Merkur Hotel gegangen. Es ist auf jeden Fall viel netter als am Bahnhof. Ja, der Bahnhof ist so grasslich. Schrecklich. Und wir sind jetzt einfach hier und jetzt kann ich noch ein bisschen arbeiten. Und unsere kaputte Website. Ja genau, es ist Mitternacht. Und ja, jetzt wird gearbeitet. Und Natalia darf ein bisschen relaxen. Jemand muss ja relaxen in diesem Arbeitstil. Genau. Okay, super. Yeah. Also, Merkur. Thanksy Banksy for having us. Ja. Oh, schau. Good morning. Okay, we have to vlog a little bit. So, wir sind irgendwo kurz vor Serbien. Und genau, wir sind zugestiegen. Wir fahren mit einem riesen Auto. Und hinter dem Auto ist noch ein zweites. Ja, ich kann sagen, was ich will. Das ist was ich gesagt habe. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Und es ist ziemlich lustig. Wir werden euch nachher noch alle Leute vorstellen. Und wir haben noch ca. 15 Stunden zu fahren. Also, ganz schön heftig. Und ja, wir sind irgendwann in der Nacht um halb eins zugestiegen. Jetzt ist es kurz nach fünf. Und wir haben noch 15 Stunden zu fahren. Ja. 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 sehr praktisch ja, ich habe auch sowas Natalia hat auch sowas sieht super aus also, wir haben jetzt von Schegetin, glaube ich, ist das in Ungarn das ist wie viel 70 Kilometer von der ungarisch-serbischen Grenze entfernt genau, 70 Kilometer von der serbischen Grenze haben wir vier Stunden gebraucht um über die Grenze zu kommen ja, dreieinhalb circa sind wir am Stau gestanden vor der Grenze oder vor der Grenzkontrolle es war anstrengend ja, jetzt nur noch wie viel, 1500 Kilometer fahren? ja, weniger 1400 Kilometer noch ja, jaja 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 tschüss gute Nacht gute Nacht das ist, was auch ganz schöne wir haben in der Früh barely und ist ein bis zum nächsten Mal so, gestern haben wir es nicht mehr geschafft zu beenden, weil wir so fertig waren, wenn wir um vier in der Früh angekommen sind, obwohl ich gedacht habe, dass wir jetzt am Mittag Deswegen beenden wir noch heute, nach dem Frühstück, den Vlog von gestern. Genau, also... Tada! Hier sind wir angekommen allerdings, also die Reise hat sich ausgezahlt. Ja. Und? Die andere Seite. Tada! Hinter uns sind die Berge. Und es ist... Es ist voll schön. Ja, es ist... Ja, es ist voll schön. Also alle Sekunden und wir werden euch hoffentlich so viel wie möglich zeigen von Albanien. Genau. Du musst wirklich laut reden, glaube ich. Ja! Ich spreche wirklich laut! Schaut, bleibt dran! Und in den nächsten Tagen werdet ihr noch viel mehr von Albanien sehen mit uns gemeinsam. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und... Danke! Du siehst uns für heute! Like! Subscribe! Subscribe! Like! Yeah! Schönen Tag! Du siehst, bitte! Ich bin hier! Ich werde das lachen. Schönen Tag! Ja! Wir wissen, was Sie? Ich habe das lachen! Mir geht! Was ist das? Ich werde das lachen! Ich werde das lachen! Es ist ein bisschen dr ordinance vor.